und jetzt muss ich auch zaubern sich selbst schenke es bleibt immer kontinuierlich dabei gepäck brauche ich nicht aber das hier aus sich selbst mittelheilung aus sich selbst und es gibt es doch nicht das die energie schub auf jengis vorher hoffentlich so auf jeden fall doppelt bitte das musste einmal funktionieren und die schaden auszuteilen er wurde besiegt 4300 punkte so nice das lange dauert holen holen aber Gott, never mind. Yeah. Gesterben. Was ist denn da auch einmal? Was? Oh, Alter, was ist denn da? Was ist denn da? Nein, du hast mich nicht besiegt. Weil du schlecht bist. Oh, oh. Was hat der Keks vor? Hm? Bist du hässlich geworden? Boah, bist du hässlich. Hässlich, hässlich. Hässlich. Okay. Was? Und nicht mit den... Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ah, komm gleich direkt hier durch. Oh, gleich. Ah, nee. Wollen wir noch angefangen? Gleich das Monster-Team rufen. Wow. Ah, hau doch eine. Alter, was für ein Schaden. Die Jungs halten noch mehr aus, ne? Aber, dass ich jetzt schon was... Boah. Ey, das muss ich... Das schaffe ich nicht. Nein. Nein, 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 das... Das fehlt nichts hier. Der hat doch... Ey, sicherlich. Alter, ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt ist die Überlegung. Schafft man's, oder schafft man's denn nicht? Weil... Ihr werdet schon sehen, was der bei den Monstern da anrichtet. Na gut, wir haben's einmal durchgebracht. Sagen wir's mal so. Wir haben's einmal durchgebracht, dass er... Beziehungsweise, dass alle die Erfahrungspunkte bekommen haben. Das ist natürlich die Frage, äh... Bekommen wir's denn auch durch... Ähm... Den jetzt auch. Weil, keine Ahnung, wie viele Lebenspunkte der hat. Da krieg ich ja eine Vollheilung. Ist mir egal. Hier. Beschleunigung. Hier, mal ruhig eine Vollheilung. Das ist... Boah, jetzt ist grad... Konzentrier dich mal bitte. Ähm... Gibt ihm mal ne fette Explosion und ne Mega Stärkung Ich lass den mal auf 100% konzentrieren, dann müsste er ja mit Energieschub so einen krassen Schaden machen normal Zauber, Vollheilung, auf sich selbst Konzentrieren, Angelo, Mega Stärkung Also hier auf dem Boden kann ich keine Flinkheit einsetzen 20, dann kommt 15 und dann kommt glaube ich 100 und dann mit Energieschub wie gesagt Au Puh Nein, da würde ich Kann ich nochmal so machen Konzentrier dich nochmal Halt dich mal bitte selbst Und Angelo macht ne Mega Stärkung Weil das geht ja noch, dass sie sich selbst halten kann Das ist gar nicht mehr so schlecht, kostet 0 Punkte Alles Picobello Ah, der cheatet doch Ey, ganz ehrlich 50 Er darf nicht umfallen, dann ist das sofort die Konzentration weg Null Punkte kassieren Cengiz konzentriert das letzte Mal Abwehrkräfte, Alter, die müssen mittlerweile hoch sein Alter, dass das jetzt so sein muss Ich will dieses Boah, ich will grad die Fähigkeit von dem sehen Mittelheilung auf Cengiz Cengiz Gib dem Arsch erstmal was Zau